Lohnt sich ein Autokredit mit Schlussrate? Welche Vorteile und Nachteile gibt es bei der sogenannten Ballonfinanzierung? In diesem Video zeigen wir Dir, was ein Schlussratenkredit eigentlich ist und wann er sinnvoll sein kann. Außerdem erfährst Du, wie Du ihn zu einem sehr günstigen Zins für jedes Auto bekommen kannst, selbst für einen Kauf von Privat. Ballonfinanzierung erklärt Hallo und herzlich Willkommen bei Geldrat. Wenn Dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Vielen Dank dafür! Was ist eine Ballonfinanzierung? Die Ballonfinanzierung, auch Schlussratenkredit oder Ballonkredit genannt, ist ein Ratenkredit, bei der am Ende der Laufzeit eine hohe Schlussrate gezahlt wird. Daher sind die monatlichen Raten während der Laufzeit im Vergleich zu einem normalen Autokredit extrem niedrig. Bei Neuwagen wird die Schlussrate der Ballonfinanzierung in der Regel am geschätzten Restwert festgelegt. Bei Hersteller unabhängigen Schlussratenfinanzierungen kann eine Restrate bis maximal 50% der Kreditsumme gewählt werden. So kannst Du die Restrate zahlen. Zum Ende der Laufzeit musst Du eine mehr oder weniger hohe Schlussrate bezahlen. Folgende Möglichkeiten hast Du dafür. 1. Du zahlst die Schlussrate aus Ersparnissen oder einer größeren Geldeinnahme. 2. Du verkaufst das Fahrzeug und tilgst aus dem Erlös die Schlussrate. 3. Du nimmst einen Ratenkredit zur Anschlussfinanzierung auf oder 4. Wenn es eine Herstellerfinanzierung war, gibst Du das Fahrzeug an den Händler zurück und es erfolgt eine Verrechnung. Vorteile der Autofinanzierung mit Schlussrate Während der Laufzeit ist Deine Kreditrate sehr gering. So kannst Du gegenüber einem normalen Autokredit mehr Liquidität bewahren. Nachteile von Autokrediten mit Schlussrate Die Gesamtkosten des Kredites sind aufgrund des Tilgungsstaus höher als bei einem normalen Kredit. Wie groß der Unterschied sein kann, erfährst Du jetzt. Ballonfinanzierung und Ratenkredit im Vergleich In unserem Rechenbeispiel gehen wir davon aus, dass die benötigte Kreditsumme für den Kauf eines Autos 24.000 Euro beträgt. Der effektive Jahreszins liegt bei 3% und die geplante Kreditlaufzeit ist 60 Monate. Bei der Schlussratenfinanzierung mit einer Restrate von 50%, also 12.000 Euro beträgt dann die monatliche Rate 245,46 Euro. Bei einem normalen Autokredit liegt die zu zahlende Rate bei 430,82 Euro. Die monatliche Belastung ist beim Ballonkredit also 185,86 Euro geringer. Den Gesamtkosten von 26.727,65 Euro für die Schlussratenfinanzierung stehen allerdings nur 25.849,02 Euro für den klassischen Autokredit gegenüber. Die Ballonfinanzierung mit ihren niedrigeren Raten kostet Dich in diesem Beispiel also insgesamt 878,64 Euro mehr. Welcher Anbieter für Autokredite mit Schlussrate ist empfehlenswert? Autohäuser fast aller bekannten Automarken bieten die Ballonfinanzierung an. Beim Autokauf von einem freien Händler oder von Privat wird die Auswahl deutlich kleiner. Ein Anbieter, der die Ballonfinanzierung für jedes Auto, ob Neu- oder Gebrauchtwagen, vom Händler oder Privat bietet, ist die SWK-Bank. Der Zins liegt weit unter dem von der Bundesbank ermittelten durchschnittlichen effektiven Jahreszins von mehr als 5% und sogar unter dem aus unserem Rechenbeispiel. Der Zins ist bonitätsunabhängig. Das bedeutet, dass jeder Kunde den gleichen Zinssatz erhält. Unter dem Video findest Du einen Link, unter dem Du den aktuellen Zins prüfen kannst. Lohnt sich eine Ballonfinanzierung? Aus finanzieller Sicht lohnt sie sich in den meisten Fällen nicht. Sie kann sich finanziell lohnen, wenn Du eine Geldanlagemöglichkeit hast, bei der Du mit der Einsparung aus der monatlichen Rate mehr Rendite erwirtschaften kannst als die Mehrzinsen. Sie kann auch eine gute Möglichkeit sein, wenn Autos mehr als nur ein Fortbewegungsmittel für Dich sind. Hat Dir das Video zur Ballonfinanzierung gefallen, dann würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Wenn Du noch Fragen oder Anregungen für weitere Videos zur Fahrzeugfinanzierung hast, dann schreib uns gern in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald! ein shopier